jetzt habe ich nur noch so wenig leben wenn ich jetzt noch mal so ein teil berühre habe ich schon erwarte mal es lädt sich aber auf mein leben lebt sich auf das ist gute ich hoffe auch ganz voll ist ein bisschen scheiße die mission die hätte ich mache ich jetzt schon ich bräuchte die jetzt nicht unbedingt die ganze zeit wird immer wo sich das teil der er kommt so komm schon so 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 jetzt nur noch den habe ich es geschafft ja ich habe es geschafft ich hasse diese unterwassertunneliert wenn der weg jetzt gleich noch zurückkommen würde dann würde ich richtig sauer werden denn das mag ich echt nicht das ist ja hier ein labyrinth das ist das denn jetzt schon wieder für ein scheiß jetzt ganz ehrlich was soll das denn jetzt schon wieder okay jetzt verstehe ich das ist ja es ist sehr schön okay was ist das für ein geräusch muss ich mich auf irgendwas gefasst machen jetzt oder was so okay dann nein gott sei dank er weit das steht die zunge raus die schreckt die zunge geschafft jetzt wird es lange hier die moderne hier von denen das ist ein tempel und ein rätsel lösen der strahl muss von den prismen reflektiert werden ganz ehrlich welcher strahl muss ich dann noch vorher was aktivieren wir wissen welcher strahl ist er nämlich kein strahl das ist das problem ich kann die sache nicht was für ein strahl was ist denn jetzt schon wieder wie soll ich das das rätsel lösen wo die mir sagen der strahl muss von den prismen reflektiert werden wenn er kein verdammter strahl ist ach da ist ein strahl das rätsel lösen in der strahl kann sein Das hat die Fakten eben. Kommt gleich wieder so ein warmer Bruder und will mich hier töten. Durch die Wand da. Durch diese Steinwand bestimmt. Okay. Mal schauen. Aveline, ist es gelungen? Zeig es mir nicht. Ich habe schon zu viel gesehen. Ich will es nie wieder ansehen müssen. Maman, ich kehre zurück nach New Orleans und stelle alles richtig. Dann lasse ich nach dir schicken. Du, meine liebe starke Tochter. Nichts wäre mir lieber, als wieder bei dir zu sein. Doch mein Platz ist nun hier. Die Menschen hier brauchen mich. In Nouvelle Orléans werde ich nur alte Geister sehen. Ich verstehe. Keine Sorge. Dies ist nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen. Sei vorsichtig, mein Kind. Die stirbt. Eiskalt, die stirbt. Glaube ich jedenfalls. Ich denke mal, die wird sterben, die Mutter. Dieser Satz, das ist nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen. Das kommt mir ein bisschen spartanisch vor. Mal schauen. So bin ich mal drauf gespannt. Mal schauen, was da sonst noch erwarten wird. Was ist denn ein bittersüßes? Erinnerung beginnt. Da ist doch irgendwas, ey. Papa, du bist leichenblass. Was hat denn der Arzt gesagt? Sorge dich nicht mal, Chérie. Es ist nur ein... Papa! Meine Liebste, schau nicht so finster. Dank deiner Sorge und den Tränken deiner Stiefmutter schmerzt die Genesung mehr als die Krankheit. Jan, du hast dieses Medaillon stets gut behütet. Ich habe immer bedauert, dass... Aveline, verzeih bitte die Störung, doch ich brauche deine Hilfe. Es ist dringend. Natürlich. Ich liebe dich, Papa. Er ist fast am Sterben. Da ist ein Sklave, George. Ich versprach ihm sicheres Geleit nach Norden, doch während der Flucht entdeckten ihn Soldaten. Er versteckt sich, aber... Bitte, kannst du mir irgendwie helfen? Dein Geschäft läuft gut und mit deinen Kontakten im Bayou... Ja. Ich bringe ihnen Sicherheit. Mit äußerster Diskretion. Komischerweise hat diese Eingangstür... War eine Tür. Waren nicht zwei Türen eigentlich beim Eingang? In der Villa? Oder kommt mir das nur so vor? Gehe ich mal über die Dächer ein bisschen. So wie es ein Assassine gerecht ist. So. Dann wollen wir mal. George finden. George? Keine Ahnung, ne? George, wer ist George? Oder war das? Hahaha. Ja, ja, ja. Von wegen, ihr blöden Fuzzis, ey. Hier, habt ihr einen anderen Eingang versperrt. Ihr Sausäcke, ey. So, der ist ganz cool. Ja? Komm mit mir. Was? Los, sie kommen näher. Nee, nee, nee. Viel lang. Komm, George. Sehr schön, nice an den Wacken vorbei geschlängelt. Und geschafft. Wer bist du? Was bist du? Keiner sagte mir irgendwas von Racheengeln, oder... Los, such dir Schutz im Bayou. Sag mal, du hättest dich wenigstens erklären können, Vibe. Keiner auf den Grün fliegt, der. Nach Bayou. Nee, muss ich überhaupt nach Bayou? Ich muss ruhig nach Bayou, oder? So. Okay. Ui, da hab ich aber, Mann. Status, du. Oh, und? Na, weg mit dir. Komm, plündere ich den mal. Ja, du liegst ja auch fein, ey. Oh, liegst du gerne, ne? Ja. Gut, dann wollen wir mal über die Bäume hüpfen. Oh, da war ein klippiger Fehler. So. Hoppala, Baum vorbei. Muss ich eigentlich hierhin ins Lager, oder, äh, oder, kann ich nur noch mal laufen? Ja, da gehst du da hin, oder? Ich geh aber mal durchs Wasser. Und da ist ich schöner. Oh, da ist er. Avelin! Avelin! Aselin! Vielen Dank.